Yo Leute, was geht ab? Das ist mein Video für den Lehrlingswettbewerb. Mein Name ist Leon. L steht für Lachen, denn ich liebe es zu lachen. E steht für Entertainment, weil das ist das, was ich gut kann. O steht für Ohnegleichen, weil ich bin ohnegleichen. Und N steht für Naturbewusst, weil ich liebe die Natur. Ich arbeite beim Musikhammer in Graz in der Gitarrenabteilung. Da Gitarrespielen meine große Leidenschaft ist, fällt es mir sehr leicht mit Kunden darüber zu reden, weshalb ich denke, dass ich ein perfekter Teilnehmer für den Lehrlingswettbewerb wäre. Ich bin 17 Jahre alt, wohne in Graz und ich möchte gerne beim Lehrlingswettbewerb mitmachen, weil ich gerne vor einer großen Anzahl an Leuten reden möchte, um einfach mal zu zeigen, was ich alles so drauf habe. Ich würde euch eine Gitarre verkaufen, zusammen mit einem passenden Stimmgerät und einem Verstärker, der gut dazu passt. I would like to present you a guitar, including a tuner and a perfect fitting amplifier. Ich bin 18 Jahre alt, wohne in Graz und ich möchte gerne beim Lehrlingswettbewerb mitmachen,